Freunde, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass ein neuer Boosterpool 2.0 in DeFiU gestartet wurde. Zu Beginn des Poolbetriebs gibt es eine legendäre Promo, die jedem von Ihnen eine einzigartige Chance gibt, den maximalen Profit zu erzielen. Schauen Sie sich dieses Video genau an, um mehr über die profitabelste Promoaktion des Jahres zu erfahren. Wenn Sie eine Lizenz und einen Booster-Split 2.0-Contract durch das Einfrieren von Ultima-Tokens während des Aktionszeitraums bezahlen, erhalten Sie ein mehrfach erhöhtes Split-Limit und eine vergrößerte Anzahl von Split-Tokens im Vertragspaket. Und das sind noch nicht alle Vorteile. Erstens erhalten Sie während der Promoaktion zusammen mit dem Hauptprodukt exklusive Promocodes für Spieleuros in einem der beliebtesten Telegram-Spiele, in Battle Bulls. Mit der Spielwährung können Sie Spielkarten kaufen, die Ihnen helfen, Ihren Stundenprofit zu steigern und dieses Guthaben dann in Form von Bull-Tokens abzuheben, um Belohnungen im Spielpool zu erhalten und noch mehr zu profitieren. Zweitens werden Sie durch die Bezahlung von Lizenzen und Verträgen mit Ultima Freezing sofort Mitglied im Ultima-Pool. Ultima-Tokens werden in Ihrer Wallet eingefroren und bereits nach 24 Stunden können Sie Ihre erste Belohnung anfordern. Und in einem Jahr werden alle eingefrorenen Ultima freigegeben und an die von Ihnen bei der Zahlung angegebene Adresse übertragen. Das ganze Jahr über werden Ihre Tokens nicht nur sicher gespeichert, sondern Sie arbeiten auch für Sie und erlauben Ihnen an der Verteilung von Belohnungen aus dem Ultima-Pool teilzunehmen. Und drittens ermöglichen Booster Split 2-0-Tokens den Zugriff auf den neuen Booster-Pool 2-0, der derzeit der profitabelste von allen ist. Dank ihm können Sie jeden Tag stabile und großzügige Belohnungen erhalten. Solange die legendäre Promo läuft, sind das Lizenzlimit und die Anzahl der Spieleuros, die Sie mit der Lizenz erhalten, deutlich höher. Ihre Zahl nimmt jedoch ständig ab, also verpassen Sie nicht die Gelegenheit, jetzt maximale Boni zu erhalten. So können Sie also mit einem Produkt sofort Belohnungen aus drei Pools bekommen. Es ist ein einzigartiges Angebot. Starten Sie bereits heute und genießen Sie die maximalen Vorteile dieser legendären Promo-Aktion. Starten Sie bereits heute und bis zum nächsten Mal.